Und zu Servus. Alter, diese Kamera ist schon wieder so gelblich. Komm, Minion, mach mal wieder heller. Tja, dann ist die Kamera, Leute, gelblich und mein Bart verschwindet in meinem T-Shirt. Mir auch egal. Was machen wir heute? Ich weiß, was ich mach. Ich crafte mir einen Backpack, weil ich den gerade seh. Bye, bye. Aber was für ne Farbe. Bye, bye. Ähm, Leather. Ich nehm Lavendel. Ich hab 700 Leder. Lavender. Bye, bye. Hä, warum kann man... Wie geht... Äh. Bye, bye. Backpack. Hey, das verstehe ich gerade nicht, das Ganze. Ah, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Let's burn this for a second. Bye, bye. That was... Jetzt hab ich einen lavendelfarbenen Backpack. Lid? Jeden Moment. Wie viel Platz... Wie viel Platz... Wie viel Platz da rein? Ist das ein normaler Backpack oder so ein Luchbackpack? Mh, das ist ne Doppelkiste. Ah, das ist schön. Wieder reinpasst. Kann man den irgendwo aufsetzen? Wie viel XP sind 8000 Millibuckets? Ähm, ne Menge. Wie heiß, ey. Soll ich mal gucken, wie viel ein Tank voll ist? Das sind 16.000, ne? Gib mir den mal lieber. Also quasi zweimal 8000. Ich kann rechnen. Okay, das ist infinite viel. Fuck. Bin jetzt schon bei 40. Na, Alter. Ah, jetzt geht er langsam leer. Ja, ja, ein Tank sind ungefähr 40 Level. Nee, es geht immer noch weiter. Krank. Weiter. 45, 46, 47. Ich hab den Lever schon ausgemacht. Krank. 45, 49, 50, 51. Krank. 54, 55. Stop, please. 56, 56. Das ist krank. Bye, bye. Ich teste das mal, ob das funktionieren könnte. Wir, wir machen das einfach mal. Ah, das wird schon... Bye, bye. Ich will nicht ein schönes für dich. Das ist nur ein anderes Plan. Okay, du. Oh, ich hab meinen Liquid XP Tank heute schon zur Hälfte leer gemacht. Sicher, dass das 56 Level sind, weil ich meine, das wird ja von unten nachgesackt. Ja, dann sind es weniger. Aber so schnell, wie das nachges... äh, da rausläuft, kann das nicht nachgetackt werden. Also der Tank ist schon leer gewesen. Du hast die krassen Kabel. Nee, nee. Sicher? Ganz unten. Ganz unten hab ich die normal. Und da ist dann... The bottleneck of das Ganze. Ich dachte, du hast die krassen Kabel. Nee, nur vom Keller nach oben. Echt jetzt? Von dem Tank bis zu den krassen Kabeln sind's normale. Warum hast du... Okay. Warum hast du das so... Hä? Ja, ich hab angefangen und gemerkt, dass das dann nicht bergauf fließt und dann... ...hab ich mit den anderen weitergemacht. Berg auf fließt? Hm. Das sind Conduits. Nee, die Fluid Conduits, die sind... die fließen nicht nach oben. Natürlich. Hm-hm. Probier's aus. Geht nicht. Das doesn't make sense. Du kannst... Du kannst sogar auf die Fluid Conduits mit der Maus drüber gehen. Und dann steht da... Fluid Flow respects Gravity. Bei den normalen. Ja. Krass. Das tue ich nicht. Ich auch nicht. Aber deswegen hab ich die krassen ja gemacht. That was the whole point of this ganze hier. Aber was machen wir denn heute, ist die Frage. Ich hab meine Dings fertig gebaut, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Das hab ich noch nicht gewusst. Warum bin ich jetzt gekickt? Boah. Hä? Du bist nicht gekickt worden. Jetzt bist du gekickt worden. Nee, mein Spiel ist gecrashed. Mein Spiel ist gecrashed. Oh. Nice. Hä, was hast denn du gemacht? Ähm, ich weiß nicht. Ich wollte meinen Jetpack aufladen. In einem Gerät, das keine Jetpacks laden kann. Und dann hab ich das da reinschiften wollen. Und dann ist das Spiel abgeschmiert. Hm, vielleicht könntest du da ranlegen. Kann sein. Ich bin jetzt halt auch kein Experte, ne? Wir können ja mal nach Gesprächsthemen suchen. Das ist ja eine Idee. Gesprächsthema. Gesprächsthema. Ähm. Ja. Wieder auf Flirt University, Alter. Nee. Okay. Hm. Lustige Suchtgeschichten. Nein, das machen wir nicht. Ja. Holland. Ähm. Ähm. Worin kann man alles Energie speichern? Als ob du noch mehr Energie speichern willst. Nee, aber worin kann man Energie speichern? Egal wie viel jetzt. Hauptsache, man kann Energie speichern dann. Ähm. Die End-Io-Dinger. Thermal-Expansion-Dinger. Die. Energy-Cells. Uh. Können das theoretisch auch. Können das theoretisch auch ganz viele ME-Controller craften. Na, das ist ja Schwachsinn. Du hast nur gefragt, was alles Energie speichern kann. Ja, stimmt. Ich bin schon blöd. Unser Themenvorschlag an dich. Ausgewogene Ernährung. Kenn ich nicht. Ja, Nudeln. Ja, Nudeln, Pizza. Halt schon. Einfallsreichstes. Einfallsreichstes Kostüm an Karneval. Ne Pizza-Tüte. Ähm. Ne Pizza-Tüte. Man, man, man verpisst sich und ist eine Woche in Holland, während die ganze Scheiße hier ist. Ne Chipstüte und sonst halt verpissen und eine Woche in Holland sein, um die Scheiße nicht mitzukriegen. Ich hab so keinen Bock da drauf. Dein Lieblingsfoto. Boah, das ist schwierig. Ja, 35. Achso, ich dachte Lieblingsfoto von mir. Achso, von mir. Von dir weiß ich auch eins, das ist von Holland. Welches von Holland? Ist neben der Kanone. Stimmt. Doch, das ist auch geil. Also in Holland sind viele geile Bilder entstanden. Auch die von, ähm, dem Herrn Drachenfliege. Ich bin behindert, Alter. Ich kann nicht mal mehr Quarz in Blöcken zusammen craften. Erfahrungen mit Jetlag. Ach, mein Spiel ist schon wieder da. Dann können wir da mit Maut werden mit der Scheiße hier. Hör mal. Hört nicht Bombe HD, sondern den hier. Ähm. Jetlag. Ach, ich weiß nicht. Dafür bin ich erst einmal geflogen. Das war nach London. Da hatte ich jetzt keinen Jetlag. Da hab ich einfach nur nicht geschlafen. Und wenn ich schläft, kann auch keinen Jetlag kriegen. Ich hatte schon ein bisschen Jetlag. Nach London. Hm. Nee, das war halt nur komisch. Doch, es war, du warst abends, warst du schon ein bisschen müde. Eigentlich ist... Du denkst, es wäre schon halb zwölf und dafür war es halb elf. Und du denkst, what? Nö, das war mir reichlich egal, weil es war eh Sommer. Das, was mich abfuckt, ist erstens, dass mein Internet gerade so schlecht ist. Zweitens, dass der Teamspeak hier nicht im Hintergrund zu sehen ist. Dass ich einen Backpack gecraftet hab und nicht weiß, wieso. Nee, mich, mich, das Einzige, was ich mir gedacht hab, das war, war, ähm, krass, war halt, wenn du mit Leuten schreibst, die eine Stunde halt quasi Verzug sind mit dir. Und es ist dann drei Uhr nacht. Nee, nicht drei Uhr nacht. Bei dir ist es halt um zwölf. Und bei dir ist es um eins. Und du denkst dir so, hä, es ist ja noch nicht spät, ne? Und die so, jo, ich sitz schon langsam spät. Das hat mich als einziges verwirrt. Ja. Das, äh, stimmt allerdings. Wir könnten mal wieder jede Menge Gelorium einschmelzen, weil wir das ja so dringend brauchen. Wir können uns echt noch einen Reaktor bauen. Nicht, weil wir ihn brauchen, sondern weil wir Langeweile haben. Klar. Warum nicht, ne? Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, die lebt. Sag doch mal, warum nicht? Weil du das nicht wolltest. Du wolltest dieses Jahr kein Reaktor bauen. You come and raise me up. Du, 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 du. Du, 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 du. You used to call me on my cell phone. You used to, you used to, you used to, you used to call me on my cell phone. Das ist doch was. Was sind, bei dir jetzt als Beispiel, Lieder, die du früher gehört hast, ohne auf den Text, weil du keine Ahnung konntest? Als Kind? Also, meine Ahnung, allein im Leben. Die du gehört hast und nicht verstanden hast? Was waren da für Lieder zum Beispiel? Keine Ahnung, die, die damals halt in den Charts waren. Ja, was fällt dir so ein? Hm. And I need to test something. Wie heißt denn das eine Lied von Kelly Clarkson? Da kann ich mich noch dran erinnern, weil das immer im Radio lief. Keine Ahnung. Ich frag dich jetzt einfach nur, aber mir fallen die Lieder nicht an. Cause I know how I feel about you now. Where are you? I need to test something. What? Okay. What? Wie viel Schaden macht das denn? Okay. Oder umgeht das meine Rüstung irgendwie? Das macht eine Menge Schaden. Was ist das für ein Ding? Ein Schwert. Show me, please. No. So, I need to enchant it more. And I need to load it. Because it eats. Energy like nothing. That doesn't make sense. Nein. 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 Ach so, mir gerade Schaden mit dem Ding. Ja, so kam hier mein... ...Demon. Ähm. Pfff. Ähm. Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Wie weit ist das hier? Alter, diese Kiste. Ist schon wieder so überfüllt. Denn ich stehne mit der Gänse. Was machst du hier? Ich bin schlecht tempered. Leaving. Jetzt. Ich bin zu kaum mehr Masse. Oh, Gott. Ich brauche das? Das wäre hilfreich, weil wie... ...Wie do I need fire if I one shot film somebody... ...that wouldn't make sense. You just don't call me on my cell phone. Was hast du hier gebaut? Bis das Platz sichert. Wait. What are you doing? Nix. What have you done? Nothing. What have you done? Oh, I know. Ich weiß, was ich mache. What have you done? Wie viel Schaden macht dieses Ding? What have you done? What have you built here? Stop it. Hä, nee, was ist das echt? Wie viel Schaden macht es? Was hast du hier gemacht? Nichts gemacht. Was hast du dann abgebaut? Nix. Ich habe es doch gehört. Stop it. Leave my house. Oh, du kannst hier noch blockhitten. Leave my house. Du kannst hier aber noch blockhitten. Siehst du? Da, wo du das letzte Mal mit diesem komischen Schlafsack gepennt hast. Nein, mein Bett war substrachtet. Ja, weil du mit dem Schlafsack gepennt hast. Nein, normalerweise speichert er das nicht. Ja, I know that make disappointment. Nein, 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 nein. Es ist Zeit, etwas sehr lustig zu kraften. Und zwar das hier. Ja, sie haben richtig gesehen. Das hier. Das hier. Wie kraftet man das? Help me. Please. Nein. Willst du kommen und riecht mich auf? Ich hasse das. Jedes Mal ist mein Inventar danach obstructet. Ich glaube, ich muss ihn mal How do I How do I craft this kind of nonsense? Is that everything I need? Everything is awesome. Moment, ich muss mich mal kurz reinlesen in diese Materie hier. Was genau machst du? How do I use this? Die Folge ist schon gleich oben. Wir haben heute noch nichts gemacht. Na, Quatsch. Ich brauch mehr. Fuck. I know the online bling. Anything just died. Ich schau mir jetzt ein Showcase-Video an, während ich ein Video aufnehme, während ihr in meinem ME-System startet. Wo ist das Shit? Da ist das Shit. Jetzt komme ich nach Hause. Ich muss zurück gehen. Warum leckt es so, Alter? Öffne die Kiste. Danke. Kann man das nicht craften oder was ist das? Was willst du denn machen? Das sag ich dir nicht. Nur weil du in meinem Haus wieder irgendeine Bärenfalle hinsetzen willst. Gibt es das? Natürlich. Alter, dieses Spiel! Ist das wirklich so, wie ich das gerade lese? Aber das sehen sie einfach in der nächsten Folge. Nein! Das mache ich noch zu Ende. Das ist halt schon... Nein! 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 Genug! Genug! Nein! Alter! Wie regt das auf? Wieso? Ich habe da noch kein Wireduck Ding gebaut. Oh, oh, oh! Komm schon! Alter, diese Legs sind abartig! Fuck, fuck, fuck! Ja, da ist es, aber wie crafte ich das? Wie crafte ich das? Ich check das nochmal aus. Nein! Ich muss noch was zum Abschluss der Folge testen. Oh, das will ich craften. Das sieht lustig aus, das sieht lustig aus. Alter, diese Legs sind abartig. Diese Legs sind Hurensohn. Und ich muss den Wegpunkt da weg machen. So. Oder was macht denn das Ding, oder? Ja, weiß ich doch nicht. Ich auch nicht. Yeah, I think I should die. Alter! Ich kann so nicht spielen mit 500 Rf pro Sekunde. Alter! Alter! Ah, das geht. Alter! Ich hatte 55 Level. Nein, hast du nicht. Du hattest 5. Doch. Ah, nee. Jetzt habe ich noch 27 Level. Du verlierst ja nicht alle. Ob da so viele im Void verschwinden. And on that big, this is pointless. I think it's so much to move. I feel... ... ... ... …